Heute schauen wir uns mal pünktlich zum Jahresende eine Feuerwerksrakete genauer an. Techtastisch! Ahnung, das folgende Video liegt nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Denn dieses Video schiebe ich schon seit 9 Jahren auf und weil es so gefährlich werden kann, wird euch dieses Video auch wieder von PlusMint präsentiert, einer Talentförderung für Mathe, Informatik, Naturwissenschafts- und Technikinteressierte. Denn in diesen Spezialinternaten, mehr dazu am Ende des Videos, habe ich die Möglichkeit, in einem Labor Fachpersonen Experimente durchführen zu lassen. Was auch wichtig ist, weil man Chemikalien und Mischungen gerne mal unterschätzen kann. Und deshalb bin ich wieder zum Birklehof gefahren, um dort mit der Community zusammen und einer Lehrkraft dieses Video zu drehen. Denn auch nur im Labor ist sowas möglich. Also nehmen wir mal eine Rakete auseinander. Ich meine, jeder kennt sie. Die Feuerwerksrakete. Ein kleines pyrotechnisches Wunder der Wissenschaft, welches unglaublich schön anzusehen ist. Und wie simpel sie dann doch am Ende aufgebaut sind, hat mich dann ebenfalls fasziniert. Ich meine, wie funktioniert eine solche Rakete überhaupt? Die brennende Zündschnur setzt die Treibladung in Brand. Der dabei entstehende Druck entweicht über die Düse, was die Rakete zum Aufsteigen bringt. Dort wird dann die Trennladung in Brand gesetzt, welche die Zellegaladung in Brand setzt. Diese sorgt dafür, dass die Effektladung zum einen entzündet wird und zum anderen in einem großen Radius im Himmel verteilt wird. Also werden da wirklich einfach nur die richtigen Pulver, Granulate und Pasten zusammengesetzt? Das halten wir mal für die Kamera genauer fest. Und vor allem auch, was die Pulver können. Denn wenn es hier jetzt gefilmt wird, müsst ihr es nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall nachmachen. Ich finde es krass, dass die Rakete tatsächlich so hohl ist. Aber das ist wahrscheinlich dann einfach wegen der Serienproduktion so, dass man immer den gleichen Körper benutzen kann. Das ist ja praktisch nichts. Du würdest es jetzt auch gar nicht mehr von einem Börder unterscheiden können. Oh, da sind wir. Und da seht ihr diese Kügelchen. Die Zündschnur reicht ebenfalls sehr weit rein. Das Orange, was wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich nur eine Düse, die das Gas so leiten soll, dass die Rakete wirklich abheben kann. Also im Prinzip das hier. Treibladung, Zerlegerladung, das ist die sogenannte Effektladung. Das sind einfach verschiedene Metallsalze, die für verschiedene Farben zuständig sind, aufgebracht. Die werden dann in die Luft geschossen und brennen ab in den Farben. Und das zünden wir jetzt alles der Reihe nach an. Als erstes haben wir ja die Zündschnur. Und daraufhin folgt zwar die Treibladung, aber diese interessante getrocknete Paste hier hing direkt an der Zündschnur dran. Und da wollen wir natürlich auch unbedingt schauen, welchen Zweck diese eigentlich erfüllt. Ich meine, wie gefährlich kann denn schon so ein kleines Stückchen sein? Ich nehme an, dass das schnelle und starke Abbrennverhalten dafür sorgen sollte, dass sich der nächste Teil bei jeder Rakete auch wirklich zuverlässig entzündet, damit die Rakete auch möglichst garantiert ihre sichere Höhe erreichen kann. Und beim nächsten Teil spreche ich natürlich von der guten alten Treibladung. Ich fand jetzt vor allem den Unterschied sehr krass, wenn alles auf einmal verbrennt, im Vergleich zur Triebwirkung bei der Rakete. Wenn das Ganze Stück für Stück verbrennt, was kann die Zerliga-Ladung so? Die anderen haben Unterricht und wir so für die Wissenschaft. Das ist es jetzt. Ah, es ging sogar. Fehlte also nur noch die Effekt-Ladung. Und was diese hinterlassen hatte, hat mich auch wirklich überrascht. Leider bereit? Ich stelle mich darauf ein, eine Jeans zu verlieren. Oh mein Gott! No way! Das Teelicht ist komplett weg und diese riesige Platte hat sich auf ca. 50 Grad Celsius erwärmt. Das ist einfach komplett geschmolzen. Auf gar keinen Fall nachmachen. Hierbei will ich aber noch anmerken, dass die Effekt-Ladung je nach Rakete und eben Effekt anders aussehen kann. Aber wie kommt man eigentlich auf so ein MINT-Internat? Ich meine, ein paar der Anwesenden waren halt wirklich wegen mir auf diesen Schulen. Und zwar, weil sie genau diese Videos hier gesehen haben. Denn du kannst dich einfach auf www.plus-mint.de für das kommende Schuljahr bewerben. Und da Geld bei Bildung und Talent keine Frage sein soll, gibt es auch Möglichkeiten dabei, unterstützt zu werden, auf diese Schule zu kommen. Für das nächste Schuljahr könnt ihr euch noch bis zum 31.01.2024 bewerben. Tipp auf einen Daumen nach oben und abonniere techtastisch, wenn dir sowas gefällt. Und die Chemie hinter Schwarzpulver haben wir ebenfalls mit Plus Mint in diesem Video hier erklärt.